hallo und herzlich willkommen es ist mal wieder zeit für eine kreuzwort rätselrunde und ja heute erzähle ich mal was zu meiner eigenen egotherapie auch wenn ich euch natürlich sagen möchte es ist mal wieder schön euch dabei zu haben wunder wunderschön und ja aber erstens mal das wird leider wahrscheinlich eine etwas kürzere runde dafür habt ihr aber mehr freizeit um euch selbst zu feiern wenn das hier vorbei ist ja was haben wir hier noch kurz für feuerwerk bumms keine ahnung jedenfalls was ich sagen wollte nachher nach dieser aufnahme also gestern für euch von euch aus gesehen werde ich einen livestream gemacht haben sozusagen ist das auch nee ego ist nur ich das muss man auch noch deklinieren um gott siebter alpha beta gamma delta epsilon theta etter natürlich etter ist der einzige der da noch reinpasst ja was ich sagen wollte ja in diesem livestream werde ich mal wieder meine coding skills ein wenig zur schau gestellt haben so was wir mal hier vorhalle weil sie noch nicht brandwein ja jagertee stahlseil vielleicht vielleicht sollte ich versuchen meine story jetzt nicht unbedingt zu erzählen sonst komme ich hier mit dem rätsel nicht weiter alu rad vermutlich ja ja wenn man das rückwärts liest kommt übrigens darula raus und das hat überhaupt keine bedeutung wollte ich nur mal gesagt haben so ja jedenfalls es geht mal wieder um pokémon randomizer runs so egal nee war ja geht ja gar nicht ehemaliger münchner flugplatz keine ahnung brandwein sagt mir jetzt auch gerade nichts stahlseil ach das ist ja doof kleine ziergegenstände ornamente sind aber nicht schmuck nee klappt auch nicht küchenbecken spüle ja so jedenfalls ich bin nämlich fleißig dabei den 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 pokémon randomizer immer noch weiter zu reverse ingenieren und tatsächlich ich habe sehr 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 viel gelernt und ich möchte dieses trassler programm jetzt auch endlich mal den leuten zugänglich machen eigentlich dies ist soweit fertig ich würde gerne nur noch ein paar tutorial videos machen die ich dann in das programm mit einbinde und das war's dafür mache ich unter habe ich unter anderem gestern von euch ausgesehen oder noch früher je nachdem wann ihr einschaltet ein ja so 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 diesen stream gemacht damit ich davon vielleicht auch noch was mit einbinden kann schauen wir mal ablegen nein segel setzen ist das nicht abfahren auch nicht milchzucker ist erstmal laktose das nehmen wir doch ja hert einer schmiede die esse ist das haha er ist früher ok nate ist nicht der name dann machen wir erstmal erst piet vergnügt ist froh ja berliner pfannkuchen war aber gut ja das was wir pfannkuchen nennen in berlin das ist halt kann man auch woanders krapfen denn ich persönlich bin ja für den für das regional unterschiedlich benannte gefüllte hefegebäck als tatsächlichen namen oder von mir aus auch marmeladendöner aber marmeladendöner ist wieder blöd da kann ja auch flaumenmoos drin sein das ist jetzt nicht wirklich wieder marmelade deshalb ich bin dafür wir sollten unbedingt die bundesregierung befragen die sollen bitte eine abstimmung machen oder volksbefragung oder was auch immer wie heißt dieses blöde ding jetzt nun pfannkuchen persönlich auch wenn ich mit dieser bezeichnung aufgewachsen bin halte ich für falsch denn man macht die dinge üblicherweise nicht in einer pfanne eher in einem wenn möglich in einer fritteuse oder sowas also in viel viel heißem öl aber gut das ist ja jetzt meine persönliche meinung dazu kann jeder sehen wie er möchte ja so materialverlust ist abrieb klappt gut so segel setzen häkeln nein aus ist es nicht auf ist es das zweirad ist das move war dann haben wir hier wieder die mure die wir schon mal gestern glaube ich hatten so brandwein ist ein ja genau meter nein ich weiß es echt nicht köter passt auch nicht rein so was haben wir hier noch märchen gestalt ist nicht Fee nicht hungrig ist satt angeblich soll es Sitt heißen wenn man äh nicht äh mehr durstig ist Turnier für Profis und Amateure ist äh will ich jetzt noch nicht Schlingpflanze der Pfau nein das Kanu nein mhm Art der Zellkernteilung äh Osmose ne mitose ha ha mitose so machen wir mal den Frauen kurznamen Inge ne In 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 Ines ja und dann ist das hier wahrscheinlich der Efeu wieder mal ähm kleine Zielgegenstände sind Nippes ok äh ja Gedichtform was haben wir hier noch das äh so nett bam Tiforo Tifolo Tifuzo Tifomo Tifono ich hab keine Ahnung Tifoso ja si wenn ihr das so sagt mi scusi mhm Vorhalle ist die ich hab's immer noch nicht raus des weiteren äh ja normalerweise wüsste ich das italienisch stunde ist wahrscheinlich dann ORA Tja weiß man halt manchmal äh getrocknetes Gras ist Heu wie sagt man dreimal getrocknetes Gras hintereinander Heu 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 oder so äh äh ein Tobi wo ist ein Chaos des weiteren äh was haben wir hier noch Ebro so hm erst mal Takeln so sodann 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 ok nicht Sudan ach was weiß ich denn so äh kurz für Feuerwerk ist immer noch äh Fewe nee ich hab keine Ahnung tatsächlich äh was die da mit meinen äh Knallbumm irgendwas so Brandwein ist der ah das aber auch kein ne Kräuter ist ja auch nicht Brandwein äh äh ich denk noch an Cognac und so ein Kram aber Foyer 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 oh das war das Wort äh das hilft mir nicht hm warum ist da ein Y Leon nein Stahlseil äh was ist ein Stahlseil ne so hm hm doch Gott lateinisch meine äh Mia mehr natürlich wusste ich nein hm hm ich hab keine Ahnung aber ich mach einfach mal Brandter ne weder noch K bringt da auch nix hm hm ok ähm hm 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 ok trey trey treta ne tresta ja wenn die das so sagen ja ein Stahlseil könnte ne Trasse sein ne Trisse Trusse Tresse Trosse Trosse ne Trosse ne Trasse ist was anderes würde ich sagen genau äh ok äh Meme hm ich hab echt ich hab keine Ahnung tatsächlich ich muss hier raten Oh Telefon wer ruft denn da an Hallo ja was ja ja ähm was gibt's denn schönes mhm 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 ja 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 ich ich ähm ich ähm also ich 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 ähm also ich wollte nur sagen äh ich nehm grad auf ist nicht schlimm hehehe ja ich ich merk's mir und ich guck nochmal ob du in der Aufnahme drin bist ok ja kein Problem bis dann ach ja normalerweise wäre ich ja nicht so während einer Aufnahme ans Telefon zu gehen aber als ich gesehen habe wer das ist äh da hab ich mir das einfach mal gegönnt äh Pyro oh die meinen Pyro Mann ja manchmal braucht man so ein eine kleine Situation um wieder aufzuwachen um wieder richtig äh richtig rätseln zu können so äh Futterstelle im Garten ist jetzt hier zum Beispiel äh machen wir mal nehmen wir uns mal die Zeit ich habe jetzt 20 Minuten dann soll ich das Essen reinstellen äh damit äh meine bessere Hälfte auch was ordentliches zu knabbern hat ähm wenn sie nach Hause kommt so Ort in Tirol Ischgl ist es nicht hm dann fällt mir auch keiner mehr ein so Biberschwanz äh ja eine Titanin das sind ja mal was sind denn das hier alles für oh Abendanzug das weiß ich ja ok ähm altes Buch Bibel passt nicht Mist Schundroman nein Notwendigkeit äh ok das könnte das sein dann wäre das äh der Buchstabe eine Verhandlung wie nennt man eine Verhandlung nochmal ähm also ist halt die Frage ist es eine Gerichtsverhandlung oder nicht ok also das hier ist auf jeden Fall den Buchstaben habe ich den habe ich sicher fangen Vergangenheit von Werfen ähm ich überlege gerade ja geht nur geht nur eins äh weil je nachdem welchen ähm welche Person die wievielte Person man hat auf jeden Fall das ist der Buchstabe das ist der Buchstabe das könnte vielleicht schon mal irgendwas helfen was zu tun ist äh oh Gott oh was war das nochmal mhm Erstausgabe wahrscheinlich EA ein Start ist auch das ok ja dann kriege ich das wenigstens den Buchstaben haben wir auch ähm mhm was ist das Biber Schwanz ach das ist so ich weiß womit der anfängt aber ich habe noch einen den kenne ich das könnte vielleicht was helfen hm ok die 5 lasse ich erstmal ja Fruchtzucker ist nicht Fruktose schade schade äh Meeresbrise könnte jetzt simpel sein aber weiß ich noch nicht das könnte wieder Ines sein vielleicht ähm ähm nee kann es nicht könnte Inge sein diesmal äh Italia nee warte mal I T A L I A ja könnte Inge sein rein theoretisch ähm Stadt in Taiwan da würde mir nur eine einfallen und die ist es nicht äh Moment des der Bekennung coming out nee äh Futterstelle im Garten ist ein eigentlich sowas äh was ist denn das eine Futterstelle im Garten hm ein Beet ist es ja definitiv schon mal nicht ähm das ist ok N Moment der Bekennung ist irgendwas mit N G hm 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 ok das Polargebiet habe ich auch dann ist da das also dann haben wir hier ein nee was haben wir denn jetzt eigentlich ach hier kommt ein L hin oh das ist ja gar nicht gut ah doch dann weiß ich was die 6 ist dann ist das ein uuuh wo was haben wir denn bisher a n d b nein nein wirklich also ich könnte mir vorstellen dass es ok ne ist es nicht ist es nicht das hier ist ein N äh ich dachte jetzt da kommt sowas wie Landluft oder so aber hm 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 Handlung vielleicht dann müsste das hier ein H sein aber dann weiß ich auch nicht mehr was noch dahin kommt deutsches bundesland Abkürzung ja rp rheinland-pfalz also das ist hier da kommt ein S hin also ganz ehrlich ich würde fast sagen Handlung könnte es sein aber es könnte wahrscheinlich noch irgendein anderes Wort sein am liebsten wäre es mir wenn ich die 5 äh oder die warte mal was habe ich denn hier ah das weiß ich ja noch gar nicht oh das ist ja jetzt schlecht dann machen wir lösen wir einfach mal ein paar Sachen und dann gucken wir was tatsächlich ob ich recht hatte oder nicht ähm Staat ist ein Land so das ist Seeluft ja ok Vergangenheit von Werfen ist Warf hm dann haben wir hier den Smoking ja Lateinisch was zu tun ist machen wir erstmal die EA ok Agenda ja möglicherweise ja aha ok ähm Schiffsidentifikationsnummer will ich mal noch nicht ähm ist das ein ne Mann ne also das kann doch kein Schmöker sein ne ist es auch nicht aber könnte mit SCH anfangen aber dann aber dann dann wäre das schon mal schlecht mhm Antilopenart ja wenn ich das mal wüsste Verhandlung äh machen wir erstmal Regierungsrat RR hoho R&B ist das hier ZB ist das ähm Verhandlung Prozess natürlich ah oui oui ok ähm oh Gott was was haben wir dann noch hier äh RP ist es nicht BA ist es auch nicht was haben wir denn noch so wir haben SA für Sachsen-Anhalt Sachsen ähm ok SS was gibt es noch für S äh Schleswig Holstein SH ja ja da haben wir es doch so dann wird das wahrscheinlich warte mal ein Muss ist das hier Stadt in Taiwan ich weiß es wirklich nicht ach das ist schade machen wir erstmal die Inge hier dann ist es aber nicht Inge Ilse ist es dann ja die gute alte Ilse ähm Polargebiet war die Antarktis ja europäische Währung äh Schweizer Franken äh wie war denn das? SFR fertig gekocht ist gar mhm sich vermählen ist heiraten nicht rechtzeitig spät ja Microsoft Chef natürlich Bill Gates äh NTFS ist Dateisystem ist wunderschön dass die beiden Sachen hier auch äh EDV Bezug haben ähm ja Italien ist natürlich einfach nur Italia ähm ähm Outing ah die meinen wirklich das oh und ich sag coming out und komm nicht auf Outing das ist so traurig das ist wirklich nicht schön nicht schön ähm Futterstelle im Garten ich komm immer noch nicht drauf schade also hier muss ja wohl ein S hin glaube ich so ich habe keine Ahnung was das sein könnte ähm 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 okay ja Inulin also ich kenne ich kenne Insulin aber Inulin ist mir gerade ich schreie ich schreie ich guck mal Inulin gibt es als Pulver oh na dann dann sage ich dazu nichts dann ist das richtig dann ist das wunderschön ist ein Gemisch aus Polysaccharin bla 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 Fructose Baustein und so weiter und so fort das ist ja schön so ähm ich glaube ich nehme das S da mal wieder raus das nervt mich so oder Wandlung natürlich es ist nicht die Handlung es ist die Wandlung ah 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 so die Kelle ist das nämlich hier ja und dann brauchen wir nur noch mhm ja noch ein paar weitere Sachen ähm wie war denn die Ident nochmal bei Schiffen wenn ich das noch im Kopf hatte ähm hier Antilopenart ist die Sause nein mhm Samse Sau ach ich weiß auch nicht ach erstmal können wir den im Ross eintragen so mhm eine Titanin puh mhm mhm deutsche Vorsilbe wenn ich das wenigstens mal noch mhm 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 schuld ist ne Vorsilbe und hat hat nur 3 Buchstaben das muss so richtig sein nein ach das ist wirklich ähm Mhm ok machen wir mal ein U da rein Hm. Okay. Jetzt bin ich doch langsam mal durch hier. Hm. Äh. Habe ich jetzt irgendeinen Buchstaben vergessen? Ah. Also gar ist es nicht. Okay. Tara... Also ganz ehrlich, ich gebe hier gerade nur Blödsinn ein, aber... Dar. Boah. Sowas wie Dar bieten. Ja, okay. Ich verstehe es. Ähm. Okay, was haben wir noch? Hm. Was heißt denn Schiff? Also auf, äh... In einer anderen Sprache. B? Boat? Ship? Hm. Also die... Nautical? Nee. Marine? Nee. Ich gebe gerne mal wieder Eni. Ah. Okay. Na gut. Oh. Oh, dass es heute ein unangenehmes. Das ist wirklich... Boah. Lauter Anruf. Was ist das denn? Hey! Wow. Kleines, äh... Kraftwerk. Äh... KHKW. Kleines Holzkraftwerk. Nein. Äh... Ein... Ah, wie heißen denn die Dinger? Mini-Heizkraftwerk. BHKW. Ja. Was ist denn ein BHKW? Hahahaha. Ohohoho. Das... Achso, ein Blockheizkraftwerk. Ja, natürlich. Ein Büstenhalterkraftwerk wäre auch ein bisschen komisch. Tatze. Ach, warte. Ich habe keine Pfote eingegeben. Äh... Sölden heißt das. Ist das eine... Nee. Sasa? Okay. Asteria. Jetzt wird es so langsam, glaube ich. Äh... Okay. Was haben wir noch? Ha... Ha... Nein. Nein, nein. Äh... Vogel... Äh... Hm. Vogelhaus. Vogelhaus. Ach, natürlich. Ja, das Vogelhaus. Ähm... Okay. Wow. Interessant. Interessant. Ich habe zumindest, ohne diesen Ort zu kennen, äh... einige Buchstaben richtig gehabt. Einige Buchstaben richtig gehabt. Gi Hai. Fi Hai. Chi Hai. Chi Hai. Chi Hai. Nie gehört von. Tut mir leid. Hat mir aber trotzdem sehr viel Spaß gemacht. Ich habe also gelernt, in Taiwan gibt es nicht nur Taipei, sondern auch Chi Hai. Chi Hai. So, das Vogelhaus. Ja. Ja. Ist schön. Outing war ein wunderschönes Wort. Und natürlich, äh... Vergessen wir nicht das, äh... BH-Kraftwerk. Ich finde das schön. Ich sollte... Also, ganz ehrlich. Ich kann mir vorstellen, dass man mit diesem Wort eine tatsächliche Erfindung, äh... rausbringen könnte. Ich frage mich nur, ob das Ganze in irgendeiner Weise jemand, äh... dass nicht eventuell ein riesen Fail werden würde. Aber ich... Ich finde die Idee eines BH-Kraftwerkes wirklich sehr, sehr amüsant. Wer weiß, vielleicht wird irgendwann mal jemand eins entwickeln. Vielleicht mache ich das auch, wenn ich mal... Wenn ich mal die Zeit dafür hätte. Ich weiß, ich habe nicht die Zeit dafür. Ich weiß auch, ich mache jetzt erstmal Futter. Denn es ist Zeit. Ich muss das in den Ofen stellen. Ich muss euch leider dafür verlassen. Und dann kommt heute noch der Stream. Und, äh... Ihr werdet den dann, äh... Ja... Bereits vielleicht gesehen haben. Oder auch nicht, äh... Nachgucken. Wäre auf jeden Fall, äh... Sollte... Sollte definitiv ein interessanter Stream werden. Ähm... Ja... Und damit verabschiede ich mich und sage Tschüss und bis zum nächsten Mal!